Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn Sie einer der letzten Menschen auf der Erde wären? Seht doch, wir sind in einer Geisterstadt! Was würden Sie fühlen? Es ist niemand mehr da, begreift doch kein Mensch! Was würden Sie tun? Kein Wunder, dass der Weltuntergang mich so kribbelig macht. Die Geschäfte sind offen! Seien Sie bereit, denn der Komet ist bereits in unsere Umlaufbahn eingetreten. Alkoholgenuss jetzt schon ab 10! Aber vergesst nicht eure Schülerausweise! Es ist die Nacht des Kometen. Was kriege ich, wenn ich wiederkomme? Texas! Die Nacht des Kometen. Und jetzt nehme ich die Musikwünsche von euch ausgeflippten Zombies entgegen. Die Nacht, in der alles anders wird. Der Komet. Die Zivilisation liegt auf unseren Schultern. Man ist das irre. Der Komet. Das ist die Nacht des Kometen. Die Nacht des Kometen. Vielen Dank.